Wenn die Katze einen Unfall verursacht hat, dann muss man sich genauso verhalten wie bei jedem anderen Unfall auch. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Sie fahren mit ihrem Auto auf einer Landstraße und plötzlich kommt von rechts eine Katze. Sie müssen bremsen und fahren auf die Gegenfahrbahn und verursachen dadurch einen Unfall. Denn wenn man eine Katze oder ein Tier vor sich zieht als Autofahrer, bremst man ja unwillkürlich. Man muss natürlich die Polizei verständigen, jetzt werden die Daten alle aufgenommen und dann stellt sich dann die Frage, was ist mit der Katze? Wenn die Katze noch leben sollte, ist sie wahrscheinlich verschwunden. Dann greifen die Haftpflichtversicherungen bei den Autofahrern ein. Wenn die Katze, sagen wir mal ein bisschen ehrlich, wenn man die Katze überfahren hat, kann man natürlich feststellen, wem die Katze gehört. Das heißt, die Katzen haben in der Regel eine Kennung und die Katzen haben in der Regel auch einen Besitzer, der durch diese Kennung dann denkbar oder haftbar gemacht werden kann. Und dann sind wir wieder bei dem Problem, wer zahlt die ganzen Kosten? Und dafür muss man, und das rate ich jedem Katzenbesitzer, eine sogenannte Haftpflichtversicherung abschließen. Denn diese Haftpflichtversicherung springt dann ein, wenn eine Tiergefahr sich verwirklicht hat. Das ist in diesem Fall, die Katzen rennen rum und die rennen auch über die Straße und achten nicht auf den Verkehr, logischerweise. Also muss man da eine Haftpflichtversicherung haben, damit das auch reguliert wird. Und dann sollte man zusätzlich vielleicht noch eine Rechtsschutzversicherung eingeschaltet haben, weil diese Rechtsschutzversicherung zahlt dann möglicherweise auch bei einem Prozess den Anwalt. Das ist in diesem Fall, das ist in diesem Fall, das ist in diesem Fall.